Hier unten rechts, das runde Ding, die Geschwindigkeit schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Hier unten rechts muss das irgendwo sein, ein rundes Ding. Ja, gestern war ein sehr nettes Treffen mit zwei Personen, die quasi auch an dem Thema der neuen Partei sehr interessiert sind und dann auch sozusagen jetzt wahrscheinlich dann den Landesvorsitz der neuen Partei werden übernehmen, in einem Bundesland sozusagen. Ja, tolles Gespräch und es geht also immer weiter voran. Ziel ist 20 Prozent bei der Bundestagswahl. Ja, dann habe ich gestern mal mit einigen Vertretern der Gemeinwohlökonomie gesprochen, wo ich sehr viele nachdenkliche Leute getroffen habe, die auch begriffen haben, dass die kapitalistische Pharma-, Impf- und Testindustrie da sicherlich einen Zugriff auf die Weltbevölkerung gerade ausübt, den man durch ein besseres Wirtschaftssystem sozusagen und neue Rahmenbedingungen korrigieren muss, sogar also auch bei der Gemeinwohlökonomie diese Erkenntnis durchaus weit verbreitet. Denn wir haben ja das Paradox, dass manche Teile der Linksextreme und auch der experimentellen Linken im Moment sozusagen sich als die größten Fans der kapitalistischen Pharma-, Medizin- und Impf- und Testindustrie erwiesen haben und plötzlich alles verguthalten, was von der Pharmaindustrie kommt, was eigentlich früher den Kapitalismus-Fanatikern vorbehalten blieb und nicht den Kapitalismus-Kritikern. Ja, dann gehe ich mal durch hier. Ach so, übrigens Tagesthemen, was haben wir? Wir haben also hier als Tagesthemen, jetzt hier, auch für heute. Deutschland gehört der Pharmaindustrie. Ja, und genau so ist es. Also im Moment ist es so, ich kann es mal ganz kurz erklären. Seit Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden unterliegen die Journalisten einer Evolution. Die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie gibt sehr viel Geld aus für Werbung innerhalb der journalistischen Medien, ganz besonders in den öffentlich-rechtlichen Medien. Und dadurch entsteht eine Evolution, wo Kritiker der Pharma- und Medizinindustrie, die also nichts glauben, was die Pharma- und Medizinindustrie sagt, natürlich immer in dem Konflikt stehen damit, dass das Geld und das Geld für ihr Gehalt von den Werbekunden der Pharmaindustrie und Medizinindustrie kommt. Und dadurch sterben nach und nach in den Medien Journalisten aus, die nichts glauben, was die Pharma- und Medizinindustrie sagt. Und übrig bleiben Journalisten, die von vornherein, schon von Jugend an, sowieso der Meinung waren, dass alles die Wahrheit ist, was die Pharma- und Medizinindustrie und Impf- und Testindustrie ihnen sagt. Und dadurch haben wir diese ungeheure Anhäufung von Journalisten, die einfach alles glauben, was von der Pharmaindustrie kommt. Und dadurch ist es auch verständlich, dass die Berichterstattung genauso ist. Und von daher müssen wir ganz klar sagen, in dieser Sendung, die Deutschland und der Rest der Welt gehört mittlerweile der Pharmaindustrie, weil sie mit viel Geld quasi eine Evolution des Journalismus ausgelöst haben, wobei diese Journalisten alle von vornherein der gleichen Meinung sind wie die Pharmaindustrie. Also gehört Deutschland mittlerweile der Pharmaindustrie, der Medizinindustrie und der Impf- und Industrie und der Testindustrie. Das ist naturwissenschaftlich feststehend. Das, was ich eben gemacht habe, war eine naturgesetzliche Argumentationskette, die vollständige Beweiskraft hat. So, dann unsere Aufforderung wie immer, wählt wir 2020, Bodo Schiffmann. Und es scheint so zu sein, dass die Homepage wir2020partei.eu die einzige richtige ist und dass die Homepage wir2020-partei.de wird dort als veraltet bezeichnet und die nicht mehr gepflegt wird und wo offensichtlich irgendjemand die Passworte hat und dann auch geändert hat. Und dort quasi jetzt ein paar Leute, die noch nicht akzeptieren können, dass sie nicht mehr zu dieser Partei gehören, sozusagen diese Homepage versuchen am Leben zu halten. Wenn man aber auf Vorstand klickt, findet man nur noch zwei Personen, während man auf der Seite wir2020partei.eu einen Vorstand, glaube ich, aus 15 Mitgliedern findet, also einen vollständig besetzten Vorstand. Und so insofern glaube ich, dass also die Leute, die da irgendwo noch versuchen, wir2020-partei.de am Leben zu erhalten, dass das nur noch ein paar wenige Versprengte sind. Aber das ist ganz normal, dass in so einer Phase, wo es ja schließlich darum geht, ob jetzt und das jetzt die nächste große Volkspartei Mitte links sich sozusagen platziert und endlich unsere Wirtschaftsordnung so verändert, dass die Pharmaindustrie nicht mehr so viel Schaden anrichten kann in Deutschland, sozusagen. Bei der Frage einer Entstehung einer solchen neuen Volkspartei ist es natürlich klar, dass sich darum mehrere Parteivarianten bemühen. Aber alle, mit denen ich gesprochen habe, aus den verschiedensten neuen Parteien, haben alle klar signalisiert, dass sie alle am Ende sich auf eine Partei einigen werden, um eben den Erfolg einer neuen Volkspartei sozusagen möglich zu machen und dieser nicht Konkurrenz zu machen, sozusagen. Ja, das wird wohl der Weg sein. Also deswegen wählt, wir bleiben also dabei, wir gehen mal davon aus, dass am Ende irgendwie der Name auch bei Wir2020 bleiben wird, wählt also die neue Volkspartei der Zukunft bei der Bundestagswahl lassen wir uns 20 Prozent anvisieren. Wählt wir 2020, Bode Schiffmann plus Next Scientists for Future Reformen. Es sieht so aus, als ob weder die Gemeinwohlökonomie noch andere Gruppierungen genügend realistische und wissenschaftliche Substanz hätten, dass sie wirklich an den Gesprächen, zu denen ich gestern eingeladen habe, wirklich ernsthaft teilnehmen würden. Das ist sozusagen eine echte wissenschaftliche Diskussion, ist da, glaube ich, gar nicht so erwünscht, hatte ich manchmal den Eindruck bei ein, zwei Personen. Wobei ich bei vielen einen sehr guten Eindruck hatte. Ja, aber das, wie gesagt, bin mal gespannt, wer sich noch meldet, vielleicht von der Gemeinwohlökonomie für den nächsten Wochenendtermin, wo es wieder in der dritten Sendung um die Parteien geht. Ach so, ein Hinweis. In der Playlist 4 ist wieder eine neue Veröffentlichung der zweiten Sendung mit dem Kommentar auch von Uwe Lohse dazu und so weiter. Also schauen Sie mal, diese zweite Sendung, die hat jetzt schon viele Klicks. Also immer sowieso gucken. News und Talks, Sender News und Talks, dann Playlists, in allen Playlists gucken und besonders Playlist 4 am Ende findet man immer die neueren Sendungen, die dort eingestellt werden. Dieser Sender versucht ja sozusagen ein Best-of-Internet sozusagen dort abzubilden, ein Best-of-Internet-Fernsehen, sodass dann also bei weitem nicht nur Sendungen von uns da aufgeführt werden, sondern von allen möglichen Sendern, guten Sendern oder sagen wir mal so wertvolle Sendungen aller Art veröffentlicht werden. So, und dann noch unsere Bitte, bitte, lieber Professor Dr. Med Sucharit Bhakti und Dr. Med Wolfgang Wodak, helft, helft mit, dass wir am Ende nicht alles Gerede umsonst war, helft mit, dass diese neue Volkspartei der Mitte links richtig groß wird und richtig stark wird und mit 20% in den Bundestag einzieht, sodass es keine Koalition ohne Wir 2020 geben kann. Bitte belasst es nicht, nur bei all den Worten, am Ende müssen wir die politische Landschaft verändern und koalieren. Und unser Slogan-Vorschlag an die Partei Wir 2020 ist ja wie noch einmal wiederholt, Wir 2020, die neue Volkspartei der Mitte mit einer Prise Linkslastigkeit, aber bodenständig sozusagen, Wir verbessern die Politik der Grünen, der SPD und von CDU und FDP, keine Spur von der Linken, der Werteunion und der AfD. Punkt. Ganz klare Abgrenzung, kein Wort reden mit Rechten. Das ist in Deutschland einfach verboten und das sollte man einfach nicht tun, wenn man nicht von der gesamten Öffentlichkeit abgeurteilt werden möchte und erschlagen werden möchte, verbal sozusagen. Ja, dann haben wir also jetzt hier die Kurznachrichten, die Gemeinwohlökonomie. Also erstens, das erste Problem der Gemeinwohlökonomie ist, was wir dann gerne am Wochenende in den Talks diskutieren würden, ist, der erste Punkt ist, die wirtschaftszukünftigen Wirtschaftsprüfer für Gemeinwohlbilanzen würden möglicherweise eine gewaltige Prozesslawine zur Folge haben, weil, wenn es um Milliardenbeträge gehen würde in der Zukunft, würde jeder Konzern dann eine Klage einreichen und sagen, mein Wirtschaftsprüfer für unsere Gemeinwohlbilanz hat uns zu wenig Punkte gegeben und dem Konkurrenten oder Wettbewerber zu viele Punkte gegeben. Und deswegen klagen wir jetzt daran, dass also die Grundlage nicht wissenschaftlich seriös genug ist, um jetzt anhand dieser Willkürdaten sozusagen sich gegen uns zu entscheiden, beim Staatsauftrag zum Beispiel. Der zweite Punkt ist, dass zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie über kein Instrument verfügt, wie sie es ausschließen kann, dass zum Beispiel ein Biobäcker eventuell mit Biogetreide beliefert wird, das mit gefährlichen Pilzgiften verseucht ist, sodass dann dieses Biobrot langfristig Vergiftungswirkung auf die Dauerkunden hat, wodurch ihr Wohlfühlen und ihre Gesundheit stark angegriffen werden. Aber dafür hat die Gemeinwohlbilanz kein Messmittel. Aber die Next Scientists for Future haben genau dafür ihre Messmittel. Die Wohlfühlstimme zum Beispiel, die Gesundheitsdatenerhebung, die Langlebigkeitsdatenerhebung und die Wirtschaftswunderdatenerhebung. Denn diese Leute, die dann gesundheitlich geschwächt sind, führen ja auch zu einer wirtschaftlichen Ineffizienz, weil sie vielleicht krank geschrieben sind und so weiter. Und dann ist ja in diesem Umfeld, dieses Biobäckers sozusagen, die Wirtschaftswunderdaten werden etwas schlechter ausfallen durch die vielen vergifteten Kunden dieses Brotes, dieses Biobrotes. Also da ist eine immense Schwäche der Gemeinwohlbilanzen. Und dann haben wir eine zweite, die gewaltigste der Schwächen der Gemeinwohlbilanz, nämlich, dass sie von den vorteilbringenden, glückszerstörenden Irrtümern im Kapitalismus überhaupt keine Kenntnis haben. Sie verstehen also nichts, generell nichts von vorteilbringenden Irrtümern. Also diese, sie haben also ein naturwissenschaftliches, evolutionsbiologisches Defizit, haben offensichtlich noch nie etwas von parasitären Memen, also vorteilbringenden Irrtümern auf Deutsch, gehört sozusagen, die unsere Gehirne vergiften und zu extremen Schädigungen im Kapitalismus gehören. Also ich mache es mal ganz kurz deutlich hier. Also, ich gehe es mal durch. Also hier, wenn wir einen Vor... Hier haben wir einen Früharzt und Frühhändler, der sich nicht irrt, einen Früharzt und Frühhändler, der sich... Wir haben hier also links einen Früharzt und Frühhändler, der sich nicht irrt und keine glückszerstörenden Memen verbreitet, wie zum Beispiel Körperkontakt, pfui, langes Stillen, eklig. Also der macht sowas nicht, der sagt sowas nicht. Aber dann kommt nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion derjenige Früharzt und Frühhändler, der sich irrt und eben verbreitet. I, eklig, dieses lange Stillen, eklig, hört auf damit, widerlich, dieser Körperkontakt und dieser viele Sex und das viele Geschmuse, das ist ja krankheitsfördernd, das ist ja eklig, widerlich, ja. Und der macht... Dadurch kriegen die Leute Angst vor Körperkontakt, vor Glücksquellen, kaufen ihm viel ab. Er wird erfolgreich. Er findet hier zum Beispiel körperliche Nachfahren, kann er ernähren. Hier zum Beispiel drei Enkel, zwei Urenkel und so weiter. mit der Vorfahre von Trosten, Bieler und Lauterbach und Aldi und Alnatura und wie sie alle heißen. Und hier findet ihr auch geistige Nachfahren, die dann auch irgendwann explosionsartig hier zum Beispiel in dieser Generation werden dann plötzlich, entstehen plötzlich eins, zwei, drei, vier, fünf geistige Nachfahren. Und so breiten sich körperliche Nachfahren und geistige Nachfahren aus, die angeführt sind, gefüllt sind mit diesen parasitären Memen, einfacher gesagt Vorteilbringenden Irrtümern. Und genau von diesen naturwissenschaftlichen Tatsachen hat die Gemeinwohlökonomie noch keine Kenntnis. Dann kommt noch dazu, dass die Gemeinwohlökonomie 100.000, sozusagen 100.000 Bücher verkauft hat, also das Buch Gemeinwohlökonomie, während zum Beispiel Prof. Dr. Mezucharit Bhakti mit seinem Buch Corona-Fehlalarm alle in der Spitze aller Bestsellerlisten geführt wird, seit vielen Wochen und schon 200.000 Bücher verkauft hat. Also die Prominenz bei Bhakti ist größer. Also die Gemeinwohlökonomie würde sich sehr, einen eigenen Dienst tun, wenn sie sich diesem Großprojekt Volkspartei der Mitte links anschließen würde oder erst einmal mitdiskutieren würde. Ja, dann haben wir hier übrigens ein neues Schaubild mit rein. Wir haben jetzt hier quasi, ach, was ist das hier? Also wir haben jetzt auch das Schöne, die schöne Normalverteilung wieder mit aufgenommen als Schaubild. Schaubild, ne? Gut, dann geht es hier weiter mit den Kurznachrichten, ja? Ich muss gleich zurückrufen, Sie haben es gehört, wieder ein Anruf. Ich habe leider vergessen, das Telefon abzustellen. Ähm, Pilzvergiftung, ja, das hatte ich genannt, ja, das ist erledigt. Das typische Merkmal aller Pharma- und Medizinskandale ist so. Alles aufeinander selbstbezogen. Die Medizinindustrie statt neutraler Biologen beim Gesundheitsamt vereidigt auf völlige Neutralität hin. Also die Medizinindustrie selber ruft einen Killer-Erreger aus, sozusagen. Die Medizinindustrie selber und nicht vereidigte neutrale Biologen sagen, wer ein Intensiv- oder Beatmungsbett braucht, angeblich, und welche Pflegekräfte oder Ärzte zu Hause bleiben müssen, was die Zahl der Intensivbetten künstlich reduziert. Also ist eigentlich alles, dreht sich immer im Kreise. Ohne jegliche Kontrolle von außen macht die Industrie selber sich ihre eigenen Regeln, erzeugt dadurch Krisensituationen und das heißt, dass die Industrie selber letztendlich auch ihr eigenes Einkommen selber bestimmt und niemand darüber mehr und niemand findet irgendwas dabei. Also wenn wir jetzt durch die Reduktion, künstliche Reduktion der Intensivbetten, durch das Nachhause Schicken von Personal, wenn wir dadurch jetzt in eine Krise herein manövriert werden, dann ist das möglicherweise gar keine Krise von Corona, sondern dass die Medizin Industrie einfach so viele vorteilbringende Irrtümer im Kopf hat, dass sie genau das Richtige tut, um die Gesellschaft in eine scheinbare Corona-Krise hinein zu manövrieren und dadurch dann sehr viel zu verdienen. Ich habe gerade wieder eine Sendung gehört, ich hoffe, sie stimmt die Sendung, das würde bedeuten, dass wirklich erhebliche Prämien in den Krankenhäusern aufgesetzt sind, also die das Corona-Ding so groß wie möglich zu machen, sozusagen, dass es richtig Geld für die Mitarbeiter gibt, wenn sie dem folgen, ja, und sozusagen, und dass Menschen diesen Prämien überhaupt nicht folgen würden, ich glaube, das glaubt heutzutage nur noch der Weihnachtsmann. Ja, das sind die Kennzeichen eines Pharma-Industrie- Medizin-Industrie, Impf-Industrie und Test-Industrie-Staates, der letztendlich eines Staates, der letztendlich der Industrie gehört, und in diesem Zustand befinden wir uns und das soll die neue Volkspartei der Mitte Links ändern. Ja, und dann müssen wir natürlich uns auch kümmern um das grundsätzliche Gesundheitsschrumpfen von Behörden. Wir müssen eine Behördenreform machen, zum Beispiel im Finanzamt, nur als Beispiel. Die Verdienstzuschläge müssen abhängig von der Reduktion der Kompliziertheit der Steuererklärungen gemacht werden. Diejenigen Finanzbeamten, die Vorschläge machen, die zu einer drastischen Reduktion der Kompliziertheit führt, müssen durch gezielte Verdienstzuschläge bzw. positive Anreize aller Art gelenkt werden dahin, ihre eigene Behörde nicht mehr wie bisher immer mehr sich aufblähen zu lassen, sondern sich gesund schrumpfen zu lassen. Also quasi jeder Mitarbeiter, der dafür sorgt, dass die Finanzämter immer kleiner werden können und diese Mitarbeiter wertvolle Arbeit in den Wirtschaftsunternehmen tätigen können, als eventuell entsandte Beamte, in die Wirtschaft entsandte Beamte, der kriegt große Verdienst Zuschlüsse. Im Idealfall müssen wir also, wir müssen also alle Behörden total runterschrumpfen durch positive Anreize und dann die Mitarbeiter entsenden in die Wirtschaft, wo sie das Wirtschaftswunder vergrößern und wirklich nützlich für die Gesellschaft werden. Ja, KenFM hat leider nicht richtig verstanden, er will ja jetzt Berlin verlassen, dass er hat nicht verstanden, dass er einfach bestimmte illegale Wortwahlen hätte weglassen sollen. Also es sind ja lauter Leute im Internet unterwegs, die Sendungen anklicken, die sie hassen oder die sie nicht mögen und diese Leute, wenn die dann auch nur eine einzige von der Legalität nicht gedeckte Äußerung finden in der Sendung, dann sie beantragen sie zu Recht natürlich eine Löschung bei YouTube und wir bei uns wurden glaube ich zwei oder drei Sendungen gelöscht und haben wir aber selbst festgestellt, dass wir tatsächlich mindestens eine unvorsichtige leicht illegale Äußerung getätigt hatten aus Unvorsichtigkeit und dass deswegen die Löschung berechtigt war. Dann haben wir diese illegalen Äußerungen rausgelöscht und die Sendung wieder neu hochgeladen und seitdem wurde nie wieder etwas bei uns gelöscht, weil wir uns bemühen möglichst keine illegale Äußerung durchrutschen zu lassen sozusagen und wenn jetzt das KNFM beachten würde, dass es in Deutschland verboten ist, anderen Menschen kriminelle Absichten zu unterstellen, denn das darf nur ein Gericht sagen, dass jemand kriminell gehandelt habe, dass da maßt man sich quasi an, ein Richter zu sein und das ist in Deutschland nicht erlaubt. Punkt. Ja, also lieber KNFM, bitte korrigieren Sie einfach Ihre Wortwahl an manchen Punkten und dann werden Sie auch nie wieder gelöscht bei YouTube und auch nie wieder gesperrt. Ja, in Schweden, da ist wieder ein journalistischer Bericht, ich glaube von GMX war es und da sagen die einerseits ehrlich geben Sie zu, dass in Schweden ein völlig normales Leben vererscht. also wie in einer anderen Welt fühle man sich wenn man also quasi nach Schweden komme weil da alles ganz normal aussieht. Dann kommt aber doch wieder der journalistische Versuch weil es sich ja auch bei GMX wohl um Journalisten handelt die diesem Evolutionsprozess unterlegen wagen und von vornherein alles glauben was von der Medizin industrie Pharma Industrie Impf Industrie und Testindustrie kommt dann kommt dementsprechend auch wieder der entsprechend logisch der Versuch auch wieder zu behaupten die Schweden würden doch irgendwie einen inneren quasi im Kopf einen inneren Lockdown freiwillig machen von dem man aber komischerweise nirgends etwas sieht sondern dann berichten sie wieder wahrheitsgemäß dass sie ein dichtes Getränge in Diskotheken gesehen hätten und so weiter ja und trotzdem wird ja immer wieder versucht zu behaupten dass sozusagen da sozusagen die Schweden irgendwie ja ich weiß nicht wo aber irgendwo doch irgendwo im Geheimen doch einen Lockdown freiwillig machen würden ja aber da sieht man das ist eben die Absurdität wenn ein Journalist einfach glaubt was die Pharmaindustrie sagt ja und das kann man ihm auch nicht vorwerfen das ist ja kein schuldhaftes tun sondern aus einem Vorteil bringen da wurde quasi ein Vorteil bringen der Irrtum der Pharmaindustrie übernommen weil sich das auch das Übernehmen dieses Irrtums als vorteilhaft in der Karriere eines Journalisten erwiesen hat und aller Journalisten erwiesen hat ja ja und es wird immer wieder verschwiegen dass Deutschland eine künstliche Untersterblichkeit erzeugt hat also wenn ich künstlich also in 2018 hatten wir im Winter angeblich 25.000 Grippetote darüber hat kein Mensch sich aufgeregt oder auch nur ein Wort verloren jetzt haben wir alles runtergeknüppelt um den Faktor 2,5 und haben runtergeknüppelt auf 10.000 angebliche Corona Tote da verglichen mit der Zahl dieser runtergeknüppelten Zahl von 10.000 was total schädlich für uns ist denn wir sollten immer eine Sterblichkeit im Winter von mindestens 20.000 haben am besten von 25.000 denn alles andere macht keinen Sinn ja weil Menschen retten die sowieso zum Sterben anstehen macht nie Sinn ja und das heißt also sozusagen wenn ich jetzt die schwedischen Zahlen natürlich mit einer extremen künstlich erzeugten schädlichen Untersterblichkeit vergleiche dann erscheinen die schwedischen Zahlen sehr hoch wenn ich sie aber mit der Sterblichkeit von 25.000 vergleiche also mit einer zweieinhalbfach höheren normalen Sterblichkeit vergleiche dann erscheinen die schwedischen Todeszahlen nur als die einer kräftigen Grippe und nicht mehr Punkt Ja das war's mit den Kurznachrichten Schluck Wasser und jetzt muss ich gleich mal den Anrufer zurückrufen ja das war's mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute mit dem Thema Deutschland gehört der Pharmaindustrie der Impfindustrie der Testindustrie und der Medizinindustrie wählt deswegen wir 2020 Bodo Schiffmann plus Next Scientist for Future und bitte lieber Professor Bhakti und Dr. Wodak helft mit denn ohne eine neue Partei werden alle unsere Bemühungen sinnlose Lippenbekenntnisse gewesen sein denn die Politik wird sich nur durch einen neuen starken Koalitionspartner überhaupt beeindrucken lassen ja Tschüssi bis bald alt Vielen Dank.